Okay, gut. Können wir Schwert wegstecken und können wir hier looten. Nehmen wir alles mit. Wieder F5. Sehr schön. Ähm, ach hier. Unser guter Freund ist wieder hier. Hallo, Ertrunkener. Tschüss, Ertrunkener. Ähm. So, wieder F5. Ein kleines bisschen. Schon auch interessant hier. Jetzt streifen sie da alle rum. Weißt du? Jetzt streifen sie da alle rum. So, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist von Riva. Gerald, der Vorname. Ich, äh, bin hier der Putztrupp. Mir ist gemeldet worden, dass hier ein paar Blödtiger rumstreifen und auch ein paar andere Junggesellen, die, äh, schon des Längeren nicht gewischt haben. Ich meine, sehen Sie sich mal den Fuß oben hier an. Es sieht relativ sumpfig aus. So. Andere Frage. Spieler. Eingestürzter Turm. Jock mal. Da will ich hin? Da will ich hin? Aha. Ein Ertrunkener Toter. Auch schön, dass die einfach ausweichen. Nice. Aber wir kriegen die ertrunkenen Totenzungen wunderbar hin. Und warum lebt der da hinten jetzt wieder? Ich habe keine Ahnung. Wir sind wahrscheinlich... Ja, das dachte ich mir nämlich auch schon, ja. Komischerweise hatte ich diesen Satz auch schon im Kopf. Ja, sonst habe ich gerade drauf gewartet, dass er wieder... ...von selbst sein Schwert zieht, aber irgendwie hat das nicht so ganz geklappt. So, F5. Hallo, F5. Nein! Nein, verschwinde! Alter! Ja, jetzt bist du wieder hier. Egal, komm. Blödzüger. Na komm. Na komm. So, ein bisschen Abstand gewinnen und wir sind trotzdem noch vergiftet. Perfekt. Wunderbar. Also, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen jetzt momentan. Ähm. Da hinten? Tatsache, da hinten. Da muss ich ja hier durch, wo die Gorgos sind. Nein! Ich will nicht. So, F5 wieder. Warte mal. Ich gehe mal ganz kurz zu der Feuerstelle. Weil an der Feuerstelle, da kann ich nämlich... Ähm. Ja, erstmal den Wald anzünden. Da kann ich nämlich Talente verteilen. Wenn es auch nur drei sind. Erfahrung. Stufe 11. Interessant. Ähm. Silber. Ich brauche jetzt momentan sehr viel Gruppensilber, ne? Das heißt, ich kann die drei Talente erstmal hier verteilen. Kritischer Treffer. Unwetter. Niederschlag. Ich würde sagen, Unwetter. Unwetter. Achso, ich muss das erst, ne? Jupp. So. Und Unwetter. So. Dankeschön. Haben wir das auch verteilt. Ähm. Und wir meditieren bis morgen grauen. Würde ich sagen. Ich hoffe, wir können so lange meditieren hier. Ungestört. Weil hier streifen ja die Blödtiger rum. Dann haben wir nämlich noch ein bisschen Zeit. Bis es wieder dunkel wird. Ach du Schande. Natürlich. So, hier wieder ein bisschen Gruppensilber. Hier ein bisschen Gruppensilber austeilen. Nice. Ist definitiv gleich was anderes. So. Dann. Ja genau. Ertrunkene Tote muss ich ja looten. Ähm. Hallo? Jetzt. Jetzt kann ich. Ah, meine Nase juckt. Toll. Ähm. Einwandfrei. Ich muss in diese Richtung. Wübern. Ach. Wübern haben wir hier. Na gut. Das. Das geht ja noch. Wübern sind ja noch erträglich. Hoffe ich zumindest. Ah. Alter. Meine Nase juckt. Echt jetzt gerade. Moment. Moment. So. Ich hoffe es geht wieder. Entschuldigung. Ich muss mir hier in der Nase rumfuhrwerken. Ja. Dankeschön. Ähm. Zephira und Opelisk. Sehr gut. Kann ich hier nochmal erfrinden. Und da hinten sehe ich zufälligerweise. Achso. Hab ich eigentlich schon. Den Bestiariumseintrag über Wölfe. Hab ich den schon. Kann ich die eigentlich schon häuten betüken. So. Jetzt bin ich aber gespannt ob ich die schon häuten kann. Überreste. Tatsache. Tatsache. Schön. Hallo. Mein Inventar ist voll. Achso. Na ja dann. Ähm. Ja. Ja. Fisch. So. Alles nehmen. Okay. Whatsoever. Dann haben wir hier noch Hullerreste. Dann nehmen wir auch alles. Da ist auch noch ein Wölfchen. Dann nehmen wir auch alles. Wir brauchen 10 Wolfspelze wenn ich mich nicht täusche. Auch nehmen. Und hier ist sonst eh nirgends mehr was. Nö. Das Rudel hier haben wir erstmal ausgeschaltet. Da haben wir noch ein paar Steinchen. Und einen Typ der da rumläuft. Ich weiß nicht wer dieser Typ ist. Ich werde mich ihm. Ach es sind mehrere Typen. Ältere Droide. Jäwin. Aber die Dinger hier greifen mich. Nicht an. Okay. Warum? Willkommen zu den Druid's Grove, Traveller. Greetings. Marvellous place. I come here when I need to think. And the peacefulness helps clear my mind. Even a Witcher is welcome here. One more word about my accepting my otherness and finding the home I never had and I'll cry like a baby. Sarcasm only serves to expose your inhibitions. Ooh. An elven psychoanalyst. I spent decades among humans. I find your kind as complicated as the schematics of a flail. Decades. Live that long among humans you're bound to become more like them than you ever wanted to be. Are you speaking from experience, Monster Slayer? A sharp wit. I'm Geralt. My name's Yevan. Let's talk. Yes. Okay. Um, here. I'm looking for Witcher's work. Then I'll ask you a favor. I need a letter delivered to Vizima where I'm not welcome. As a Witcher, you should find little difficulty tending to monsters on the way and avoiding trouble with the guards at the city gates. Who's the letter to? I'd be obliged if you could deliver it to Vivaldi, a dwarf living in town, and then return his reply to me. Ja, okay. I'll do it. I'm going to Vizima anyway. Thank you. Nice. Okay, also die Wölfe. Kann ich mit denen reden? Nö. Kann mit den Wölfen auch nicht reden. Kreis der unerwünschten Macht? Ach, da kriege ich ein neues Zeichen, oder wie? Irden. Nice. Irden. Ihr habt das Zeichen... Ah. Habt das Zeichen Irden erlernt. Eine magische Falle, die eure Gegner verlangsamt. Wählt ein Zeichen auf der linken Bildschirmseite. Rechts klickt, um den Zauber zu wirken. Tipp, wird Irden verstärkt, kann es Gegner noch Schaden zufügen und sie vergiften oder schwächen. Am besten verwendet man es in Kombination mit anderen Zeichen. Okay. Nice. Hab ich jetzt Irden gelernt. Aha. Interessant. Und ich, äh... suche nach... Äh... Wölfen, die ich umbringen kann für Geld. Wenn ich ehrlich sein darf. So. Schauen wir mal. Da ist ein Wolf, den kann ich umbringen. Na komm. Bring den Wolf um. Na komm, Geralt. Weißer Wolf, töte die Schwarzen. So. Ähm, hallo? So. Die springe ich jetzt mit dem Katzenstil um. Nice worden. So. Überreste. Alles nehmen. Überreste. Alles nehmen. Überreste. Alles nehmen. Schön. Acht Wolfspelze haben wir jetzt. Das heißt, zwei fehlen uns noch. Zwei. Die müssten hier noch irgendwo unterwegs sein, die zwei. Entweder das ist... Oder ich hab vergessen, zwei, äh... tote Wölfe zu looten. Was ich nicht so geil finde. Weil die finde ich nie wieder. So, der Hierophant von den Druiden ist also unterwegs, um neue... Um neue... Anwärter zu finden. Ist dem so? Alte Lichtung. Hier sehe ich auch keine Wölfe. Da hinten sind sie. Da hinten. Erledigt sie. Auf sie mit Gebrüll. Ach nein. Das sind die... Wölfe der Druiden, die ich nicht anfassen darf. Moment. Windblade. Eine nackte. Windblade. Windblade? Was heißt das? Das heißt weißer Wolf. Windblade. Was heißt das? White Wolf. Du kennst mich? Dein Name überlegt dich. Du möchtest mehr als ich. Ich erinnere nichts von meinem Vergangenheit. Einige Dinge sind besser vergessen. Nichtsdestotrotz fühle ich dich entschuldigt. Könntest du dir helfen? Schade nicht. Vielleicht können meine Schäuze von Brockelon helfen. Aber sie sind weit weg. Ach ja, stimmt ja. Wie heißen die? Waldnympfen? Ne, ich weiß es nicht mehr. Tell mir über Brockelon. Brockelon ist die dryade Hymnland. A wilderness untouched by humans. Those surrounding Brockelon wish to claim our forests and thus humans and dryads fight continuously along the borders. Who is winning? Our archers are matchless. But how long can we resist the brute force that rendered humans the world's rulers? Okay, ähm, ja. So you agree with the elves and dwarves fighting for independence? Those children? They have long forgotten the struggles meaning, craving blood and revenge, having only contempt for humans. They failed to see they begin to resemble the humans themselves. We merely defend our home, Gwynnblade, and have no ambition of driving humans into the sea. Okay, warum schließt er keinen Kompromiss? Hm. You treat concessions as weaknesses and believe acts of goodwill are traps. You will never accept our otherness. Okay. Tell me about your lives. Brockelon is our home, Ithlin our lady. We live in harmony with the forest, flowing through the thickets and knowing the forest secrets. Are you happy? Like humans, we have joys and sorrows. Though our end is near. The war with the humans continues and our numbers diminish. Okay. Tell me about Brockelon. Brockelon is the dryad homeland. Who is winning? Our art. Ja, okay. That's sad. Ja, das ist traurig. Wynnblade. Find's auch toll, wie ihre Brüste überwackeln, wenn man die anspricht. What are you doing here? It is a secret. Though I'm taking the chance to visit this grove of old, beautiful trees. Okay. Farewell. Stimmt, das sind ja die, 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 die Baumfrauen, die die Bäume lieben und so. Naja. So. Ähm. Ja. Und jetzt. Ich brauche immer noch zwei Wölfe. Haben wir hier vielleicht irgendwo freiwillig im Moment. Was zur Hölle ist das denn? Das sind die Golems, nicht wahr? Golem. Golem. Dem kann ich... Ach ja. Ich muss ja einem davon eine Karte hinten reinstecken. Oder so. Da muss ich den vorher wahrscheinlich noch besiegen. Ich weiß es nicht. Okay. Na denn. Haben wir hier noch irgendwas von der Karte, was nicht entdeckt ist? Natürlich haben wir das. Äh. Wen na, Obelisk? Ich gehe mal Schrein der Militele. Da gehe ich einfach mal hin. So. Der ist da hinten. Schauen wir mal da runter, was es da unten so gibt. Okay. Okay. Der Schrein der Militele wird gut bewacht, sehe ich gerade. Da ist der Schrein der Militele. Da kann ich mir einen Segen holen, oder wie? Ah, da ist ein Ort der Macht. Hallo, jetzt geht er hin. Geralt. Achso. Ich befinde mich im Kampf. Natürlich. Man erkennt es gut daran, dass Geralt das Schwert gezogen hat. So. Na, das haben wir. Sehr schön. Ja. Das Igni hat sich jetzt sehr gut ausgezahlt. Also definitiv, das war sehr... Also es war mehr als gut platziert. Hallo. Jetzt ausweichen. Ausweichmanöver Kirk Epsilon. So. Zack, zack. Auf die Fresse. Okay. Kann ich wieder umschalten auf Einzelkampf. Weg. So. Weg aus der Dunstwolke. So. Dann können wir jetzt hoffentlich... Ort der Macht. Na, was werde ich tun wollen? Ritual der Magie durchführen. So. Na gut. Ähm. Da ist ein Altar an seinem Fuß. Ja, das stimmt schon. Aber... Ich habe auch keine Schwalbe mehr. Fällt mir gerade auf. Kann ich jetzt hier... Gibt es hier irgendwo ein Feuer? Warum gibt es hier nirgendwo ein Feuer? Warum gibt es hier in dem Sumpf genau ein Feuer? Zu dem man dann immer und immer und immer und immer und immer wieder hinlaufen muss. Verstehe ich nicht. Da sind wieder ein paar Schreckgestalten, die sich mir anschließen wollen. Aber ich brauche deren Hilfe nicht. Na los. Geralt, lauf. Lauf schnell. Und iss was. Hier, ein ganzes Huhn. Mit einem Bissen. Yay. Hallo, weich aus. Jetzt geh. Alter. So. Mit WASD ist es auch nicht unbedingt einfach. Alter, die verfolgen mich natürlich überhaupt nicht lang. So. Ich hoffe, ich komme denen jetzt davon. Hinter mir überall die Blumen, die aus den Böden sprießen. Was ich auch nicht unbedingt so gut heiße. Aber ich bin entkommen. Das ist erstmal die Hauptsache. Und Tränke brauen kann ich auch nur, wenn ich meditieren kann, ne? So wie ich das verstanden habe. Das heißt, ich brauche ein Feuer, damit ich mir Schwalben brauen kann. Und außerdem brauche ich auch noch die richtigen Zutaten dafür. Ist das ein Feuer? Da, da ist ein Feuer. Da ist ein Feuer. Wunderschön. Ich kann nicht meditieren mit einem Feuer. Es scheint, dass ich es erst zu erinnern muss. Ja, ganz kleinen Augenblick. Ich hoffe, ich ziehe mir nicht jetzt irgendwie im Zorn jemandes zu, wenn ich hier die Finger abfackele. Hier, hier, Alchemie. Folgendes. Mission. Ähm. Winikrod, Donner, Katze, Kuss, Schwalbe. Was fehlt mir denn für Schwalbe? Ich habe keine Ahnung, was mir fehlt. Also kann ich auch nicht irgendwie bessere Grundstoffe. Natürlich. Ich brauche bessere Grundstoffe. Aha. Der Grundstoff reicht also nicht. Na dann. Weiße Möwe. Einzigartige Zutat fehlt. Nein. What? Kann ich dann mit weißer Möwe eine Schwalbe? Ja, kann ich. Perfekt. Dann mixe ich mir ein paar Mal weiße Möwe. Also das Alchemie-System hier kenne ich ja auch noch nicht so unbedingt. Okay, weiße Möwe kann ich mir definitiv oft sehr, sehr viele von machen. Weiße Möwe habe ich jetzt hier, wie oft? Zweimal? Kann ja gar nicht sein. Katze, Schneesturm, weißer Honig, Waldkauz. Ich müsste doch schon viel mehr weiße Möwe haben. Verwende ich eine weiße Möwe, um weiße Möwe zu mischen? Kann das sein? Ja, ich habe weiße Möwe verwendet, um weiße Möwe zu mischen. Die ganze Zeit. Schön. Okay, ich meditiere bis Mittags, damit wir auch hier ein bisschen meditiert haben. Gut. Man kann also mit weißer Möwe, kann man, mit weißer Möwe und ein paar anderen Zutaten, wohlgemerkt, kann man weiße Möwe herstellen. Klingt komisch, ist es auch. Und ich würde sagen, ich speichere hier nochmal ganz kurz, hier, und bringe in ein leeres Fach rein und hier. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal in der nächsten Aufnahme, wenn es wieder heißt, Geralt, der Hexer, ist undurchsichtig, ist ein bisschen durchsichtig und steht im Wald. Ähm, Episode 2. Und das hier war jetzt die erste Episode und ich werde das hoffentlich auch so nennen, die Folge. Ich weiß es gar nicht. Gut. Auf jeden Fall, lasst es euch gut gehen. Danke fürs Zuschauen. Ähm, ja, und wir sehen uns morgen, ne? Also, selbe Stelle, selbe Welle. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen. Sie können den Computer jetzt ausschalten. Also, jetzt. Gut. Tschüss.